Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Anni. Ich muss jetzt mal Kontakt nehmen zu Alpha Centauri, meinem Planeten oben. Hoffentlich hören die mich. Anni an die anderen? Anni an die anderen? Hört ihr mich? Oh nein! Meine Schrauben sind schon wieder locker. Hey! Aber zum Glück habe ich hier meinen Sternenstahlschrauber. Einmal rechts. Einmal links. So, jetzt müsste es wieder gehen. Anni an die anderen. Anni an die anderen. Kinder, ich glaube, ich brauche Hilfe. Könnt ihr mal bei mir die Schrauben festziehen? Hey, vielleicht könnt ihr das ja sogar, wenn ich zu euch komme. Und dann haben wir ein Sternenstarkes Erlebnis. Ich freue mich auf euch.